Ihr turn to ban 5 seconds remaining Jetzt kann ich spielen Kann ich auch machen ja Ein Spiel mal Ich glaube ich spiel mal Patsch Alles klar, dreimal Patsch Ich kriege ihn Ihr turn to pick Teichys Okay Ah, sehr gut Ich werde ein bisschen mehr umgehen Ihr turn to pick Ist die ein Teuber? Oder bin ich dumm? Wo ist es? Was meinst du? Tatsache, die sind Teuber Ne, ich werde ein Patsch Spiel probieren, wo gerade beliebt ist In so einem Gamepad ist halt echt ein Spiel Ihr turn to pick Bin ich mal gespannt wie das mir im Slug Support ausgeht Hm Und dann geh auf die andere Lane Ist ja voll dumm wenn jetzt Ja, aber da hast du dann der Weaver Wieso haben wir keinen Krieg Weil die Gegner auch nicht Luluf Wenn du willst Aber du kannst nur ein Vergnügen Das ist ein Vergnügen Wieso hat das Wieso hat das Wieso hat das Die Vergnügen Ich bin der Vergnügen Das ist die Vergnügen Wieso hat das Wieso hat das Was, wo du So, wollen wir mal sehen. Ich weiß, ich geh zu dir auf den Läden, aber ich werd dich auch nicht großartig gegen solche Pics supporten können. Ich glaub, Wodka ist sehr tief in Blut. Ich weiß nicht, dass ich den Namen habe, aber ich weiß, was du. Ich weiß nicht, dass ich den Namen habe, aber ich weiß nicht. Oh Das war so, hier. Ich kann mal hier reinstehen. Eike Hupia. Nein, ich hab immer noch nicht. Hier? Boah, kann ich hier nicht töten? So, so, was hab ich schon mal? Das fängt schon mal gut an. Hoffentlich geht's so weiter. Ja. Ich krieg hier mit dem nächsten Schlag. Das ist echt geil. Was hat er für'n Speed? Er hat halt nevi. Fuck. Ey, das ist ja so schnell. Ist ja noch schnell. Ich kann versuchen hier zu cutten. Und dann noch kriegen. Ich glaub, das ist egal. Wenn ich ein bisschen mit dem Hupen mach, dann... Ich hab halt weg. Das ist ja das AFK, der läuft gerade, ne? Ich weiß. Nein. Da hat er mir noch am Ende den Killer möglich. Okay. Hm. 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 Gegen Dijon allein hab ich schlechte Chancen. Aber hier ist ein Mittelfiegel. Und da wird ein Ero reinmachen. Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott. Ich kann mich nicht mehr schützen. Oh mein Gott. Ich bin nicht mehr schützt. Ich bin nicht mehr schützt. Klasse dass ich hier unten einen Support habe gegen DG Es tut mir leid, aber ich soll es gleich rufen Ja, ich komme gleich rüber Ich bin in der Mitte dann Dann habe ich hier in der Mitte dann So jetzt Erstmal Ich bin einfach fest Ich bin wirklich jetzt schon einfach fest Ich habe einfach schon drei 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 Stück Das Game kann ein echt krasses Game für mich werden Im Grunde Witz Aber der Ex Wenn der nicht kommt ist echt traurig Die Anzeige Immer noch gescored Das ist offline Schade Leider Wird die Runde dann nicht als gewertet ziehen Doch, First Blood Ja, aber Wer raus geht Ja, das war als Das Game hat schon gestartet Deswegen Es wird gezählt Oh mein Gott, dieses Ding Cool, cool 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 Na Komm Ich schneide hier Da kriege ich sie halt trotzdem noch Da kriege ich sie halt trotzdem noch Knapp LOL Jetzt Jetzt können wir pausieren Jetzt ist es mir egal Jetzt ist es mir egal Das ist mir da nicht Okay Ganz mal der Hard Basher Moonshards Zepter ist vielleicht noch zum Schluss Mal gucken Ich bin halt im selben Level wie die Mittler Ja, warst ja im guten Moment da Ich werde kurz ausschreiben Ich werde kurz ausschreiben Zwei Zwei doch nicht der aber lasst ja nicht spielen der kriege dmw tors sind egal aber kann man zumindest die fangen gehen raus machen doch einfach flashe es flashe aus mann mann ich bin in der base von hier Nun. Ihr Top Tower ist unter attack. Ach, wie soll's kommen? Jetzt was sie noch gibt. Ja, wie soll's kommen? Taddy's Komm weg Da dürfte gleich der Tower fallen Taddy's hat auch keinen Bock mehr Boah, ich hatte 4 Kills, oder? Hatte ich 3? Weiß es nicht, 3 Kills